Viele hat sich über die letzten Jahre verändert. Aber natürlich bleibt einfach natürlich. Darum koche ich und bacche immer noch täglich mit Schweizer Butter. Bei der Ernährung meiner Kinder liege ich auf natürliche Lebensmittel. Da gehört Schweizer Milch und Butter selbstverständlich dazu. Vieles ist new, aber eins bleibt. Schweizer Butter ist ein Naturtalent. Achten Sie beim Kauf von Butter auf Schweizer Herkunft.